Ich habe mir meine Haare einfach legit vor so sieben Wochen oder so gewaschen, vielleicht sechs, aber die werden halt nicht fettigt. Ich habe diesen, findet ihr das sieht fettig aus? Diese Haarsträhne hier, die ist doch nicht fettig, oder? Die ist seidig, seidig glott? Na ja, so richtig fettig ist das nicht. Die wasche ich auch nicht öfter. Also ich habe keine fettende Haare mehr, da ich die auch erzogen habe. Ich habe halt auch sehr lange daran gearbeitet, dass die nicht mehr fettig werden. Ich kriege da eine Krise, wenn ich mitkriege, wie manche sich die Haare waschen und womit sich die Menschen die Haare waschen, dann wundert es mich eigentlich aber auch nicht, dass die Haare fettig werden in no time. Diese Shampoos, die ja verkauft werden, die so einfach alles können. Habt ihr schon mal auf eure Shampooflasche geguckt, was das alles kann? Das kann am besten noch ihren ganzen Haushalt schmeißen, noch die Kinder erziehen, noch, wie ist ich, das kann alles. Das soll, ähm, wird trockenen, trockene Spitzen, aber fettiger Ansatz, aber dazu Glanz und die Farbe schützen und dann noch, ähm, hier super oily, shiny und, äh, super hydrating. Oh my god, look at the freaky fashion. Ähm. Nein. Ich sage, nein. Ach, das macht mein Haushalt, wo bekomme ich dieses Shampoo her? Ihr habt gefühlt, gefühlt, kann das Shampoo alles. Das, 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 das ist nicht mehr nur da, um deine Haare zu reinigen. Das Shampoo ist lange nicht mehr dafür da, um, um Haare sauber zu machen, sondern es muss so viele Dinge können. Und das ist so, hä? Warum? Für was? Moment mal. Was soll ein Shampoo können? Ich will es jetzt im Chat, äh, ich möchte lesen, was, glaubt ihr, soll ein Shampoo können? Eure Erwartungshaltung an ein Shampoo, haut mal raus. Ein Shampoo muss die Haare sauer machen können. Danke, Lea. Gut riechen. Fair enough. Wenn du Glück hast, riecht das sogar gut. Und, ja, Kinder erziehen. Good one. Vivilu, good one. I give you the credit for that one. Und das Haar pflegen. Falsche Antwort, Keksmonster. Nein. Nein, 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 nein. Ein... Okay. Ein Shampoo soll bitte, bitte nur die Haare sauber machen. Von, von Dreck und Fett befreien. Und sauber machen. Nur sauber machen. Ähm, es gibt keinen Grund, die Kopfhaut zu pflegen. Grundsätzlich nicht. Die Kopfhaut pflegt sich von ganz alleine. Deswegen werden die Haare fettig. Weil der Grund, warum die Haare fettig werden, ist, das ist ein Schutzmechanismus. Die Kopfhaut braucht einen gewissen Mini-Mini-Mini-Anteil, um sich selbst zu schützen vor sämtlichen Umwelteinflüssen und, und, und. Und, übertreibt das Fett, dann haben wir wieder ein ganz anderes Problem. Das heißt, worauf ich hinaus möchte, ist, ähm, umso öfter wir der Kopfhaut diesen Mini-Prozentsatz an Fett wegnehmen, desto mehr muss die Kopfhaut produzieren. Das heißt, die Kopfhaut ist in einem ständigen Stress, weil ihr glaubt, ihr müsst so oft waschen. Ähm, das ist so ein Circle. Like, Cycle. Ähm, dann, dann wäscht man die Haare und dann braucht, kommt dieser, dieser Fettanteil hinzu und ihr nehmt denen das wieder weg. Aber, das funktioniert wunderbar, wenn das Shampoo nicht pflegend ist. Das heißt, jetzt stellt euch vor, ihr benutzt ein Pflegeshampoo. Das kann super hydrating sein und, oh, es kann dies und es kann das. Das sind alles Additives, die ihr euch als, als Schicht nochmal auf die Kopfhaut packt. Das heißt, jetzt kommt nochmal eure eigene Schicht an Fett, die, die körpereigene Fettschicht kommt dann nochmal raus und boom. In no time habt ihr fettige Haare. Das heißt, es gibt keinen Grund, den Ansatz zu pflegen, weil das macht die, das eigene Fett von ganz alleine. Was mit den Spitzen ist, different story. That's not what I'm talking about. Die Spitzen, alles ab, hier so. Different story. Da könnt ihr eigentlich reinmachen, was auch immer ihr wollt. Da könnt ihr reinmachen, was ihr wollt. Die krasseste Haarkur ist super hydrating, super oily, super duper Kindererziehungskrams mit dies, das, Ananas und dies und noch fruity, super fruity, super healthy und, 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 und. Da kann man reinmachen, was man will, solange man das nicht auf die Kopfhaut macht. Nichts wie Conditioner, nichts wie Haarkur, nichts derartiges darf auf die Kopfhaut. Also gar nichts. I mean, literally nothing, außer Shampoo. Hast du einen Tipp gegen trockenes, schuppiges, trockene, schuppige Kopfhaut? Die Frage ist, warum fettet deine Kopfhaut nicht mehr? Da gibt es so Kamillenshampoos, die finde ich persönlich total nice. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht für manche Kundinnen, die so jucken, ich habe übelstige Jucken, Kopfhaut, ich weiß nicht, es juckt alles so übel. Da empfehle ich meistens diese Shampoos mit Kamille drinnen. Man kann ja auch wechseln, es ist gar nicht so gesund, die ganze Zeit bei einem Shampoo zu bleiben. Man kann durchaus mal ein bisschen wechseln, damit nicht diese Abhängigkeit entsteht, weil wenn eure Kopfhaut sich dann an eine Art von Zusammensetzung von einem Shampoo gewöhnt hat, dann ist es auch wieder nicht gut. Das ist, ähm, ja, nee, tut das nicht. Versucht so ein bisschen flexibel zu bleiben, mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da. Head and shoulders abhängig, there you go. Ja, man ist dann halt auch gefangen, weil dann irgendwann die Kopfhaut sagt, Moment, das kenne ich nicht, das kenne ich nicht, das mag ich nicht, das kenne ich nicht, das mag ich nicht, das mag ich nicht, mach das weg. Und dann musst du wieder zurück. Und das, that's not what you want, right? That's not what we want. Wie gesagt, haben wir das Thema Shampoo verstanden? Ich fasse nochmal zusammen. Bitte kein pflegendes Shampoo nehmen, wenn nicht zufällig Kopfhaut am Trockenschuppern ist. Wenn schon, wenn übertrieben trockene Kopfhaut, dann ist ein Pflegeschampoo schon okay. Was haben wir noch gelernt? Nichts, aber auch gar nichts an Pflege kommt auf die Kopfhaut. Nichts. Kein Conditioner, keine Spülung, keine Haarkur. Alles, was ab hier so geht, darf gekurrt werden. Also alles, was spitzen ist, was nicht die Kopfhaut berührt. Das heißt, Haarkur wird so aufgetragen, Leute. So und nicht so. Alright, you get what I'm saying? You get what I'm saying? That's how you do it. Und dann die Abstände so krass wie möglich. An Wochenenden vielleicht mal nicht waschen, damit die Kopfhaut merkt so, hold on, okay. I get it, I get it. Es wird mir nicht die ganze Zeit weggenommen, deswegen brauche ich nicht so hart überproduzieren, okay. Das heißt, die Kopfhaut muss erzogen werden. It doesn't come out of nowhere. You need to, you really need to take care of it. Das heißt, ihr seid the key. Das heißt, ihr seid die Kopfhaut berührt. Vielen Dank.